Willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Mal wieder in den Granithöhlen, ich nenne die jetzt einfach mal so. Ich frage mich gerade, ob was mit 4 Sticks wagen sollten oder Vorsitzender wird doch ein bisschen mehr. Ich meine, letztendlich brauchen wir eh noch was, auch für spätere Gebäude. Ich frage mich. Ich frage mich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Okay, ähm, zack, und raus. Oh, fuck. Ähm, komisch. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Das ist bestimmt die dämliche Fledermaus, die ich da immer sehe. Oh, fuck. Oh, fuck. So, eins, zwei, drei, vier Stacks. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Jetzt ist die Frage, von wo kommen wir eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. So, das Pfleckchen machen wir ja noch fertig. Und das verpiseln wir uns wieder. Vielleicht doch, ne, macht das, ich wollte. So, jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier, fünf, genau sechs. Cool. Ich glaube, wir kommen von hier, oder? Jep. Wie sieht es so geschändet aus? Nacht. Okay. Wo ist das Vieh? Das Ding hat natürlich den Vorteil, dass das nicht in die Laura fallen kann. Ich bin ja noch nicht in die Laura, da war, Frau, ich bin ja noch nicht in die Laura. Und das war, was ich nicht in die Laura. Ich bin ja noch nicht in die Laura. Ich bin ja noch nicht in der Zeit. Hehehehe Der hört sich ziemlich nah an, der kleine Sack. So, ich hoffe, wir haben Ruhe, ja. Hallo? Geht doch. Also, ich hoffe mal ganz stark, dass er jetzt reichen wird. Sollte er endlich, oder haben wir hier noch irgendwo, oh, da haben wir auch noch so viel nicht gemacht. Stimmt, da war die Kohle. Äh, da müssen wir noch mal runter. Äh, was haben wir da jetzt gerade bekommen? Äh, da müssen wir noch mal runter. Äh, da müssen wir noch mal runter. Vielleicht ist sogar Glas nicht sogar die richtige, so die richtige Wahrheit. Sondern, nee, nee, Eisengitter geht doch auch nicht, außer wir müssen es ganz rum machen. Äh, ich weiß nicht. Wir gehen jetzt erstmal hoch, weil es ist Tag. Okay. War ich denn Endermen in den Sinn? Nee. So. Dann sollten wir vielleicht die Eisengitter machen. einfach mal ruhen, um uns anzugucken, wie es aussehen würde. Ja. Haha. еспmons Mudde Also die 4 Stacks hätten auf jeden Fall wieder nicht erreicht. So, da haben wir noch was. Haben wir Erde dabei? Jo. So, danke schön. Okay. Was ist das? Ach so, unser toller Versuch. Gut, dann geht's hier in der nächsten Folge weiter. So, Spitze B. Danke mich. Bis dann. Hm. Okay. 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 Okay.